Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Das ist für die Pferde für den Transport, damit sie sich nicht wehtun. Brustschutz ist das. Das kennt jeder. Der fehlt meine Füße. Das braucht immer etwas rosa-rotes. Das ist ja Hammerstein. Das sieht auch schick aus. Das passt jetzt nicht zu ihrer Haarfarbe. Das passt nicht. Das ist eine Idee. Das passt nicht. Könnt ihr noch ein bisschen schneller? Sind die auf der Flucht? Und HKM, die wünsche ich mir. Ist die allzu groß? Ne, ist allzu groß. Meine Socken sollten lassen, Jürgen. Oh, ist die weich. Ja, ist die weich. Oh, ist die weich. Oh, das ist voll geil. Wo bekomme ich das? Swarovski-Steine. Was ist das, Jürgen? Oh, das sieht gut aus. Mach mal sie mal. Ein schöner Arsch. Mit Taschen. Wisst ihr, was ihr jetzt seid? Da macht man Reparatur. Wunderheißfeld. Wunderheißfeld. Wunderzeug habt ihr auch. Wunderzeug habt ihr auch. Wunderzeug habt ihr auch. Komm her. Das ist wirklich schön. Wir machen hier schön. Stimmen. Wir machen hier. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Das war's für heute.